Letzte Nacht hatten wir minus 13, dieser wird es minus 17. Wir machen Kettimobil Winterfest. Wir wollen nach Sibirien und nach Pamir im Winter. Das ist der Justin. Der hat eine tolle Garage und hilft uns beim Winterfest machen. Da kriegt Kettimobil jetzt frisches Kühlwasser. Und wir machen noch einen Ölwechsel mit einem wintertauglichen Öl. Mit neuen Glühkerzen und dann ist Kettimobil fit.